Da freu ich mich schon. Oh Bombe, oh Bombe! Wie schön die Bombe! Monty! Juhu! Also, bist du nett? Oh. Falls wir den Diffuser haben, versuch einfach mal einen Air-Jab auf den Diffuser zu legen. Das war ja lustig. Weil der Diffuser in letzter Sekunde boomt. Aber das Air-Jab, das dauert ja auch nur eine Sekunde runterwerfen. Das ist nicht sehr lang. Weiß ich gar nicht. Der wäre jetzt für zwei Sekunden... Außer Gefechtsgesicht. Außer Gefecht. Ich hab so das Gefühl, die sind Drogenlabor. Hier unten Drogenlabor. Oder? Gefecht. 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 Ah und Ella. Hm. The Diffuser is now secured. Proceed to Bombs' Location and defuse it. Ich war jetzt in einem Fenster, das ist ein Frostmatten. Hey, Frostmatten. Woher kam das? Echo ist in B drin, ne? Entsatz auf dem Weg. Ich war das aber. Wo hat da wirklich Wer auf das... das Drohnenloch? Ah, an dem Fenster ist keine Frostmatte. Im Badezimmer ist keiner. Ja, Fenst. Aber die Tür ist jedoch schon im Drogenlager. Ja. Ich geh jetzt ans Fenster drüben. Ich geh dort rein. Denkt mir der Wer. Wir auf die Tür drüben. Und wer auf die Tür drüben kommt. Bitte. Jo. Ich hab da einen Air-Jet. Ja, trotzdem. Jo. Mach ich. Die Echo ist da entdecken. Wow. Okay, Zeit nach oben zu gehen. Ich mach den Druck mal. Ach, fuck. Wirklich. Das war ja voll dumm. Ella ist da hinten. Zwei Leif genau von mir. Ich kann dich sehen. Gerade. Ella entschärft wahrscheinlich. Die ist da. Wo ist der letzte? Einfach aufwärtsen, einfach aufwärtsen. Der liegt schon auf dem Bus hier. WTF? Ich dachte, der Typ wäre neben mir. Weißt du, ich bin zusammen mit einer anderen Person gepusht und ich dachte, die gäbe mich... Ich dachte so, hä? Warum bist du... Weil wir hatten ja ein Recruiting-Team, ne? Deswegen dachte ich so, hä? Na, wir haben jetzt gegner. Achso, ja dann. Ich war voll verwirrt, weil neben mir war ein Typ die ganze Zeit, ich war im Aim drin und dann... Ich so, hä? Warum hat der mich nicht gesehen? Der dachte wohl, die hatten eine Hippana im Blick. Der dachte wahrscheinlich dasselbe wie ich. Das ist ein Kumpel von mir. Interessant auf jeden Fall. Das war ja auch so lustig. Oh mein Gott. Das war echt lustig. So, alle spielen ihre Mains. Ja. Ja. Davon ist Bandit mein Mains. Genau, also. Er denkt nur an sich. Also der war... Der war bewusst gewählt, also. Ja, der will sie mit Nitro killed haben. Ja, das war ja... Ja. Achso. Ich hätte es auf die Zipper verschlaufen. Wieso... Nein, ich hätte schon auf die Zipper geschaut. Hä? bei mir ist ganz recht mir schaut sie einfach aus dem bildschirm raus so nach dem motto ihr kennt mich kann ja die wand die verstärken auf zu machen macht schon ich dann genau nein wo ist die drohne wo sie ist reingekommen kann mich mal diese drohne jemand die ist irgendwo hierin aber sie ist rausgesprungen naja egal zeich sagt oder Geht doch. Ich muss beim Zug. What the fuck? Von wo? Sophia hat mich im Bargeldraum... also nicht im Bargeldraum... ja, im Bargeldraum glaub ich... ... übers Fenster getötet. Ich hab's nicht gesehen. Von Zug... von Bahn West kommt ne Drohne irgendwo hin. Bis sichern es war. Geht. Scheiße. Einer ist im... Zwei da im Zug. Wachter und ich. Wachter. Wie du das letzte. Die sind alle drüben. Oh, super. Einer ist im Mathe. Aber... Nein du sollst den Typen killen. so weit geht man es guckt auf die Entspanke links rechten in der Nähe von der Tür Läden war auch gut Achtung in den Englern gebraucht hat die Prophäre bevor ich die Ecke Prozent und zu viel Schäufer und der Hauptsache die Trophäe und Du hast ihn einfach random gesprengt. Oh Mann, jetzt kann ich gechillter spielen so. Was hast du vorher gemacht? Ich gechillt gespielt? Wir brauchen eine Bombe. Diesmal haben die keine Drohnen. Äh, vier Drohnen können nicht, aber... Hörst du auch. Hier ist der Schammer. Ah, die haben die Drohnen. Wie ätzend. Was ist das? Ähm, komm. Einer ist oben, der Drohnenmann ist rausgelaufen. Und hat die Tür zugemacht. Oh, hat sie doch nicht zugemacht. Ruby, hast du jemanden da gesehen? Nee. Ich bin das ja. Jo. Scheint wohl frei zu sein. Warte mal kurz. Ja, das ist eine bestimmte Zeitung, das ist frei. Ähm... Wenn, es wird aus... übers Dach. Ja, das ist ein Echo-Drohne hier schon da. Ich mach hier auf. Ich mach hier auf. See you on the other side. Auf B ist im Moment keiner. Jetzt ist es benettet. Ja, ich hab B. Du kannst da auch nochmal aufmachen, wenn du willst. Ich mach, äh, bitte nicht aufstehen. Ich muss die Tür aufmachen, dann kann ich, äh, rausgehen. Ja. Ich mach, äh, bitte nicht aufstehen. Ich muss die Tür aufmachen, dann kann ich, äh, rausgehen. Ich bin... bin ich... komm jetzt zu Gary. Ich bin Bandit. Deswegen da war's. Hm. Hier sind noch einige. Hast du Bandit gesehen? Bandit ist not. Auf den Flashbang? No. Boah. Ich aim auf die Tür. Da muss man an der andere Seite gucken. Scooby nicht raus, wir müssen decken. Da ist... New Trim. Überzug, überzug, überzug. Scooby, guck mal. Ich guck, zuck. Du guckst die Tür. Da, da kommt Jutke. Ach, von der anderen Seite ist einfach offen. Toll. Du hörst ja genau drauf hier, ich seh's. Ja, ich... Nee. Auf die Tür! Ich kann ihn nicht mehr auf die Tür gespielt. Ach, scheiße, ey. Ich hab einfach nichts getroffen. Ich hab einfach nichts getroffen. Die Lachung! Jetzt gehen die alle. Jetzt gehen die alle. Also einer hat keinen Druck mehr. Muhahaha. Das war interessant, ne? Beide treten im Rücken zu. Okay. Ja. Hm, warte mal. Ich nehm lieber die, die pushen zu schnell. Pushen, tu schnell! Gerry macht Recruit. Und ich will denen eine Chance geben. Achso. Wir haben zwei Eins. Weil ich hab nur zwei Kinder und zwei Toder. Mhm. Ich hab ja erstmal einen mit dem Schild erschlagen. Das macht Tanja. Und Tanja, genau. Ja. Wir haben das selbe Spiel. Ach Gott. Ach Gott. Sandy, mach eine Kamera auf jeden Fall in die Bahn. Aber nicht dort, wo die eigentliche Kamera ist. Am besten so, dass man den Eingang von uns zieht oder so. Musst du nicht, aber kannst du. Ich hab da nicht so gewonnen, ey. Ich sie hasse. Ach Gott. Aua. Hast du das aufgemacht, Cavera, Spooky Bitch? Wer hat zwischen den Sides zugemacht, wieder mal. Ah ja. Hier haben wir keine Wände. Ich kann ja hier aufmachen. Lass mich mal durch, du Penner. Los! Da wieder pieken. Ich bin entspannt euch. Ich will ne Kamera aufmachen. Ich weiß, ich wurde gekillt. Schaff. Super. Super, super, super. Ich fühl mich total ungeschützt. Hier sind alles offene Wände. Ist mir du da. Du bist auch. Wir sind alle ziemlich cool. Komm, die wollen wir überfahren. Können wir Lust mehr auf das Game. Heute macht's mir nulisch. Ist grad ne Drohne hier reingekommen. Zu A. Alter. Dieser scheiß Sledge ist an drauf gestanden. Ist er auf der Treppe? Ist er auf der Treppe? Ist er auf der Treppe, ist Sledge? Okay. Er ist tot, er ist tot. Kann ich dir helfen oder bist du nicht sicher? Da war niemand. Also ich hab kein Gesicht. Aber passt auf. Oh, ich hör was. Oh, was war jetzt? Das war der Gruseltyp. Die wurden entdeckt. Da draußen, Peng. Okay. Ah, ja. Linker Seiten. Linker Seiten zum Zug. Hängt der oder so? Ah, ja. Bitte Alpha Pack, bitte Alpha Pack. Jaaa, endlich. Aber fast 30% jetzt. Lalalalalalala. Ich hab auch eins. Cool. Ich mach mal aus. Bitte lila, bitte. Bitte blau. Egal. Fakta non verba. Was ist das denn? Oh my god. Ich hab eine Union Jack Pistol. Na ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hm? Wenn wir das haben, kostenlos. Das ist ja voll der Scheiß. Was für Fakta non werden? Ja, so ein Tag, äh, so ein Charme. So ein Rare. So toll, das will aber keiner haben. Das sieht nicht gut aus. Hm. Sieht das nicht gut aus, ja? Voll doch wie nett. Okay, einen Moment. Moment. Moment, wirklich weiter. Bescheuert. Wollt ihr Ranked spielen? Nein. Heute nicht. Gestern. Gestern. Gestern war richtig gut. Naja, ich hab so gemischte Tage aber mittlerweile. Hm. Wenn ich nicht zu Hardcore hintereinander spiele, dann ist alles okay. Geht so. Anscheinend haben Sandy und ich schon wieder zu viel gespielt. Erstmal zwei Wochen Pause wieder. Hallo? Dann können wir so lange Unrush spielen. Ach, vielleicht waren wir deswegen so gut. Wegen anderen? Soll ich mir so viele Knöpfe gedrückt haben? Ja, weil... Erinnerst du dich damals, als ich immer Wipeout vorher gespielt hab? Da hat sich wohl die guten Reflexe auf einen. Rooki. Rookididooki. und dann muss okay die Letzte mal hab ich die Map gelobt und dann haben wir weggerollt. Ah, Ah. Das ist auch cache. Kamera und Cynthia Selfie, ich würde jetzt, wenn sie etwas reinkommt. Ich finde die auch so schlecht. Ich finde den nicht schlimm. Okay. Den Spot für die Nichtreise. Rooki. ���ipodacz. Oh, Klamotten. Drüben. Soll ich oben zurückmacht werden oder nicht? A, B, oder? Ja. Ja, hat sich ja nicht. Nee, nee, Sandy, wir müssen beide setzen. Ja. Sandy, nein. Sandy, nein, stopp. Ich mache noch nicht. Halt, stopp. Du machst es nicht zu. Oh, fucking Drohne. Auto-Tisch Drohne. Hab sie, hab sie, hab sie. Scheiß Schock. Sind wir zur Seite? Nein, da wollte ich ein Dings machen. Naja, so. Geht nicht, wenn du... So geht das nicht. Ich hab Angst. Ich steh ganz scheiße. Aber ich wollte hier noch zumachen. Die sind vor der Tür hier. Ja. Wo die Ninkriege? Ja. 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 Wie viele sind da oben? Ja, super. Woher? Es ist Ash. Ash im Karaoke. Ich kann nichts sehen. Ich seh nichts, bin tot. Ich seh nichts, sie hat mir einfach geblendet. Und die Ash ist so böse. Ähm, einer ist vor der Küche. Ob King ist Doki. Doki ist ähm, in der Bar. Sie tritt aber... Eventuell gleich in meine Frostmotte. Ash ist draußen auf dem Balkon. Nein! Oh, ich kann nicht. Oben. Oben. Es ist Oben. Oh, wie sehen wir die Treppe? Oh, wie sehen wir die Treppe? Oben. Pass auf. Hör einfach zu, wo die herkommt. Die rennt wahrscheinlich. Rechts, 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 Schatzi. Wörst du das nicht? Sie kommt die Treppe darunter. Game einfach dahin. Hör sie. An die Tür. Nicht so viel laufen. Ich hab die Batterie zerschösten. Von oben. und wenn sie die Pläne in der Küche in der Küche abhängen Weltreihen Kanzler doch doch 8.5 und nun die Eklig die Erste so richtig Jörg. Oh, Montay. Montay vor allen Dingen. Montay. Ich weiß nicht, was ich picken soll. Montay, Montay, Montay. Ja! Oh, sorry. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Schnell. Schnell, das war's. Oh. Oh, ich hab noch Wäsche. Ich muss Wäsche rausziehen. Wäsche dabei. Oh. 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 Achtung, muss ich die Füße oder so? Ja. Beendet Karaoke Treppe und Vigil ist in Küche. Oh! Hättest gekriegt Maverick. Oh fuck, von der Seite! Aufpacken! Valkyrie ist im Trophäenzimmer. Haben die vor allem am Snell drauf. Mr. Einer ist in diesem komischen Bambusthamburinzimmer. Das ist Vigil. Glaube ich, aber kann auch jemand anderes sein. Gary planted? Oder noch nicht. Okay. Na, ist genau vor mir. Geht mit. Hilfe! Wo ist der Gamer rein? Irgendwer. Okay. Gary ist die ganze Leine und den... Die Welt kämpft die ganze Zeit gegen Maverick Solo. Eins gegen eins. Du hast kein Leben, was? Okay. Ich will jetzt, dass ich reingehe. Er steckt genau vor mir. Ja, der andere ist halt... Der warte, bis du einen Fehler machst. Ja, ich hab NHP. Den noch. Die Welt und der Maverick, ey. Die ganze Zeit schon. Die Welt und der Maverick, ey. Die ganze Zeit schon. Wir wollen nur einen Kaffee rücken. 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 NLP. Ja, achso. Ich bin tatsächlich nie. Niko. Ja, genau. Ich werde da mal Nerven spielen. Keine Ahnung. Oh man, ich bin zweimal... In zwei Runden bin ich an derselben Treppe, an derselben Stelle gestorben. Ich geh nie wieder auf diese Treppe, die ist irgendwie tödlich. Die blutende Treppe. der Maverick. Die blutende Treppe. Der Maverick. Der Maverick. Der Maverick. Der Maverick. Der Maverick. Der Maverick. Sie haben eine Twitch Drohne. Sie haben sie raus, aber sie ist draußen. ja ich hab's mit dem okay das ist gescheit gewesen oh sorry ist zu spät dafür ich fand es offen die war zur Ruhe Ja, verpasst du. Das war doch abgeschüttet. Refuse ranieren. Gehaftet. Geh auf der Treppe. Habt okay. Gefühle liegt bei mir bei diesem Taiko-Zimmer. Auf der Treppe. Bei mir kommen wir. Von Taiko-Zimmer aus? Ja. Oder Treppe, bin ich ganz sicher. Ich glaub vom Büro. Ich hab ihn erwischt. Ich müsste dafür die... Ich hab ihn erwischt. Ich müsste dafür die... Jetzt ist jemand hier entgegengesetzte Richtung bewegt. Jetzt. Da kommt noch einer drin. Das ist ein großer Aufstritt. Das ist doch... Das ist doch, wie ich mich aufgeregt hat, alter. Irgendwie macht alles halt keinen Spaß. Echt? Wollen wir dann gleich Onrush spielen? Ja. 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 Werden immer nicht spielen sollen. Ich muss jetzt was weglatschen. Mach mal. Aber mach ganz in Ruhe. Warum... Ja, weil... Kriege ich halt nicht hin. Die sind im Schlafzimmer. Da haben die grad zugegeben. B wir haben auch drüben zu hören wie geht es so eklig ich hasse die was machen die im Schlafen die machen sachen ey die machen sachen ganz ehrlich David das geht gar nicht ich habe die es alle gesehen haben ja nicht so schlimm lass mich in Ruhe wir haben Thatcher ja bitte dich dann versteckt Feind draußen entdeckt ist ja schön dass der Arsch bei so einem Stupser nee ok im Kopf soll ich euch einen Arsch geben oder was da steht ja du willst die Kamera nicht du bleibst du das baum stehe soll ich wirklich den Diffuser behalten wenn du stehen bleibst bedankt euch bei meinem Freund der ist blöd Frost ist in Tambourin oder was das ist keine Ahnung wie man das nennt ich nenne immer Tambourin aber es heißt anders ich bin ja auch behindert Trommelraum Trommelraum der steht direkt beim Fenster das ist doch oder so das ist doch oder so das ist doch oder so das ist doch okay dann gehe ich mal ich habe ich sterbe jetzt nicht dabei wo wo David Brüder äh Terrasse oder wie das heißt das ist doch ja wohl dann kommt jemand die Treppe hoch ok alles gut ich mache hier mal den Boden auf wo ist die Gott bin ich äh Tambourin ach scheiße Frau hinten draußen entdeckt sie ist auf der anderen Seite Einer ist hinten im Gang alter ist das doof oder so aber die Kamera rein Maverick wollte mich gerade messern what the fuck ha bitch zankt den nachdem Maverick killed wer äh da hat er sich ja weggelegt wo sind die letzten ist jemand oben rechts na scheiße scheiße bitch da hat keiner okay what stirb waaat rechts sind äh 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 komm mal runter ich brauche deinen rechts wo genau ist er äh das ist der Abstellraum wo ist er dann die Kamera hat mich locker töten ich weiß nicht was ihr Problem war aber ich glaube es wird keine Monique aber ich glaube es wird keine Monique Runde 5 ich will nicht mehr ich will hier raus ich bin so verreckt ich bin zweimal verreckt aber es kommt mir vor es wäre jede Runde so der war verreckt oder fertig gemacht worden dann bei den zwei Treppen die letzten Tage gespielt hat oder gestern hier ich bin so nur noch mal okay ich weiß es ist nicht wie lange ich bin die Oma, das haben wir doch schon. Ja, das haben wir doch schon. Sind wir Star Wars oder was? Ich hasse die. Die kann man nur so asozial, die Geräusch zu stellen. Die sind bei mir, so was dann... Wo sind die denn? Küche? Ja. Rennwecke! Rennwecke! Vollspann immer diese Drohnenrennen. Guck mal schnell die Gehäuse drauf. Ja, ihr seid gestern, mich bisschen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ja, die haben doch, ey. Was? Was? Das hab ich nicht gesehen. Bitte tötet mich nicht. Ja, kannst du doch nachgucken. Oh, da war einer. Da ist ein guter... Da ist ein Delivery Room. Da Kavera die Fotze markiert. Da weiß ich, ob jemand im Obergeschoss ist. So, ich schmeiß jetzt ganz schön weit hoch. Ich versuch aber, ich weiß nicht. Kavera die Fotze... Fotze rum. Nix Neues. Nein! Die schlampert nicht verkommen! Meine Fresse! Nein, doch nicht! Sieht der denn auch? Kavera ist in Geisha. Drinnen gerade. Sie hat da auch zwei Wände verstärkt. Äh, Doc ist unten auf dem Balkon. Au. Ja. Also likeras. Does. Was ist eine쟁 ein besar? Adszt ist. Du kommst nicht. Sieht dir inseit... Ouh! Wann? F kicks. Es ist einfach herauszufinden, wo die scheiß Cavera oben ist, aber ich krieg's nicht hin. What the fuck? Okay, sie hat mich. Shit. Ich hab' nicht gesehen, dass du da unten warst. Hey, ich war oben. Ich bin Finke. Achso. Ja, die ist gerade rausgelaufen, also. Sie hat halt zwei Wände. Boah. Hier ist noch Doc und Kaff. Nur noch Doc. Gott sei Dank. Danke für die Befriedigende. Bitch, ey. Ich hab mir noch einen Bus gegeben, als sie näher kam. Nee, ich hab die Räume abgelaufen, aber sie war die ganze Zeit in Karaoke. Und Karaoke ist der einzige Raum, den ich nicht gecheckt hab. So dumm. Wo ich hab... Nirgends. Ich schieß da nur auf. Ich schieß da nur auf. Ich schieß da nur auf. Er ist in Kücheneingau. Hör dafür ab. Ich mag diesen Skin, ey. Ich schieß da nur auf. Hier ist die Flucht, aber ich schieß da nur auf. Ja, wir sind schon im Flucht. Was? Ja, wir sind in Flucht. Achso. Oh, ich schieß da nur auf. Ja, ich schieß da nur auf. Kommt grad, äh, ist im anderen Bomben raus. Ganz ruhig. Es fing. Er kommt, er pusht, er pusht. Okay. Schöööön. Wem auch immer die Drohne gehört hat, die war gut. Die unter dem Tischdrohne. Da bin ich nicht an den Clubstopp. Guck, guck, guck. Jetzt, yay! Ich höre jetzt aber auf. Ich höre jetzt aber auf, kann das nicht? Aber noch lange genug geschaut. Fun fact, Tommy hat sich den Skin geholt, weil der wie der Emote aussieht, dieser Nachdenkse. Fun fact, Tommy hat sich den Skin geholt, weil der wie der Emote aussieht, dieser Nachdenkse.